Herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis Dr. Bärbel Garske. Wir sind eine Praxis für allgemeine Zahnheilkunde und darüber hinaus spezialisiert auf Parodontologie, Implantologie und ästhetische Zahnmedizin. Wir möchten, dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen, in herzlicher Atmosphäre. Unser Behandlungskonzept besteht aus persönlicher Betreuung und modernster Zahnmedizin in Kombination mit einem professionellen Qualitätsmanagement und einem Null-Wartezeiten-Prinzip. Wir nehmen uns Zeit, gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen zu besprechen und entwickeln darauf basierend einen optimalen Behandlungsplan mit dem für Sie besten Ergebnis. Am Anfang steht die genaue Befundaufnahme, das heißt eine individuelle Untersuchung und Beratung. Dafür steht uns fortschrittlichste Technik zur Verfügung, wie zum Beispiel ein 3D-Röntgengerät, welches uns exakte Beurteilungen und Ergebnisse ermöglicht. Nachdem der Befund aufgenommen wurde, erläutert Ihnen unsere Dentalberaterin in einem persönlichen Gespräch mittels anschaulichem Bildmaterial die daraus folgenden Schritte. Dazu erstellen wir Ihnen selbstverständlich einen detaillierten Behandlungs- und Gesundheitsplan. Im Falle eines Zahnersatzes können wir durch die Kombination aus zukunftsweisender, computergesteuerter Frästechnik und sorgfältiger Handarbeit ein passgenaues und ästhetisches Ergebnis erzielen, welches von natürlichen Zähnen kaum zu unterscheiden ist. Zeitgemäße Zahnmedizin beruht auf der Vorsorge durch qualifizierte Prophylaxe-Behandlungen. Unsere speziell ausgebildeten Prophylaxe-Assistentinnen führen diese Vorsorgebehandlung einfühlsam und präzise durch und beraten Sie individuell zum Thema Mundhygiene. Überzeugen Sie sich, wie angenehm Vorsorge sein kann. Ihre Zahngesundheit und Ihr schönstes Lächeln liegen uns am Herzen. Wir freuen uns auf Sie!